uns geholt und braucht kein mensch so jetzt möchte ich das mal kurz gucken mit dem geld bei fluchtfahrer bekommen wir 20.000 geld und wie viel ist das bei dem geld bei erfahrer stufe 15 bekommen wir auch nochmal 100.000 oh mein gott oh jetzt kann ich jetzt hier nicht weiter ja egal dann fahren wir erst eben schnell einen ränder jetzt fährt auch mit d klasse mit dem renault sport wie kann er denn wie kann er denn jetzt mit dem a klasse mustang hier mitfahren verstehe ich nicht a klasse mustang keine ahnung wer das macht egal wir rotzen natürlich wir rotzen wir wollen es ihm ja zeigen dass wir auch fahren können nicht so nur wie r level 60 kriegen wir auch hin so wieder ein bisschen konzentration sammeln so die letzte konzentration die noch am abend der macht alles freie dich kriegen war noch jetzt haben wir erster freunde so läuft das habt ihr das gesehen so lässt man den rino stehen der muss stehen der darf uns nicht irgendwie kriegen und das tut er auch nicht und wir rasieren freunde wir rasieren aber der m1634 lässt natürlich nicht locker und der mustang den sehe ich da auch schon wieder auf dem minimap die kurve haben wir verkackten die kurve fährt er natürlich wieder gut hier müsste es gleich wieder ein rino kommen diesmal kommt der irgendwie nicht warum weiß ich nicht so ordentlich vorsprung aufgebaut und jetzt kommt gleich wieder der mustang der gibt wieder vollgas hier der ist gleich schon wieder an uns vorbei da ist er schon hat der schwergewicht drin oder was hier los warum hat er übel er wieder die autos weg haben ballern ohne spaß ohne spaß scheiße da wollte ich dem auch noch ausweichen hat nicht ganz geklappt so wie ich das will hat er die ganze zeit nitro an oder irgendwie irgendwas hat er nur die ganze zeit an oder sehe ich das falsch schwergewicht könnte könnte auch sein dass er schwergewicht an hat permanent ich glaube aber der fährt da hier überall extra gegen weil er denkt wir packen das sonst nicht wobei wir eigentlich relativ gut sind mittlerweile und das hier relativ geschmeidig durchfahren ok bei sowas kann man natürlich dann auch nichts machen ihr seht freund jetzt nehme ich die kurve viel geschmeidiger rino auch stehen gelassen gar kein problem der ist auch schnell mit seinem mustang er da komme ich gar nicht hinterher freunde aber jetzt hat er die rinos hier aber er konnte den auch gut ausweichen respekt das kann nicht jeder ich konnte das früher mal perfekt freunde aber ist mittlerweile auch schon 100.000 jahre dass ich dieses spiel auch richtig gesuchtet habe und jetzt nicht nur so fürs let's play ich spiele nämlich wenn ich spiele let's play spiele ich die auch nur im let's play ausnahme bildet da flüfter spiele ich mittlerweile auch privat wieder gerne das liegt auch da es liegt einfach daran jetzt hat er uns hier ganz schön es liegt natürlich daran weil wenn ich die spiele auch privat die ganze zeit suchen würde dann hätte ich dann hätte ich natürlich auch viel weniger spaß wenn ich die let's play würde ist ja ganz klar weil sonst wenn ich die jetzt zum beispiel privat spielen würde ich würde mehrere stunden teilweise das privat spielen dann hätte ich da voll also nicht mehr so viel lust auf jeden fall im let's play drauf versteht ihr wie ich meine und das ist das nämlich und deswegen spiele ich eigentlich spiele die ich let's play privat nicht sage ich euch ganz ehrlich ich spiele need for speed privat auch gar nicht das liegt daran nicht daran dass ich es nicht mag sondern einfach daran ja weil es uns keinen spaß mehr machen würde wir haben wieder ein erfolg freigeschaltet alle durch das heißt ich kann weiter klicken level up sind auch noch das heißt 100.000 und auch nochmals also geldmäßig läuft bei uns richtig da läuft bei uns richtig derbe so wollen alle noch mal fahren geht auf jeden fall am start gar kein problem war schwerstöreoton und 40.000 noch freunde 40.000 geld noch und wir kriegen noch mal 100.000 drauf ich korrigiere 30.000 geld noch also auf jeden fall ordentlich geld geholt freunde ordentlich geld das heißt man kann ja schon mal in richtung wieder wagen gucken also in dieser aufnahme werden wir uns nicht schon wieder die wagen angucken weil wenn ich mir zu oft die wagen angucke dann krieg ich ja irgendwann schon krätze weil ich unbedingt die wagen haben will und ich kann sie ja natürlich einfach noch nicht kriegen ne und ich habe voll bock auf so eine richtig geile a oder s klasse jetzt hier in dem game also mercedes hätte ich auch bock auf eine s klasse youtube milliardär am start freunde was denn da los aber leider keine milliarden sondern sind nicht mal das nicht mal das aber freunde nächstes renn am start wieso greift mein perfekter start eigentlich nicht mehr hä ist die sky bronze ist die sky bronze 5 kann äh kann ich ihn reporten please für trollen freunde guckt ja noch league of legends streams ich hab die früher ganz gerne gesuchtet ne boah wie ich league of legends damals gesuchtet hab ne und die streams geguckt hab lcs season 2 alles gar kein problem season 4 ist ja mittlerweile jetzt auch wieder vorbei also mein lieber scholli das ist echt was hab ich es gott sei dank noch geschafft und der m1364 ist äh leider gegen gecrasht so das heißt wir sind wieder erster und wir müssen jetzt hier wieder die führung quasi übernehmen der rhino ist mittlerweile schon äh gehört schon zum täglichen brot den abzuhängen schon gar keine herausforderung mehr da hab ich richtig bronze die kurve genommen ich muss an den kurven muss ich noch ein bisschen feilen im real life fahr ich natürlich auch so ich mache jetzt habe ich ja vorhin schon erwähnt in zwei tagen meine prüfung wenn ihr das video seht dann habe ich meinen entweder habe ich meinen führerschein dann schon oder ich habe es nicht geschafft und habe meinen führerschein nicht also diese beiden möglichkeiten gibt es nur beziehungsweise einen führerschein habe ich sowieso nicht ne den führerschein kriege ich ja erst wenn ich 18 bin ich mache ja dann erstmal nur begleitendes fahren ab 17 das heißt ich darf mit 17 jahren halt mit meinen eltern in begleitung mit meinen eltern fahren mein gott also irgendwie ist in der aufnahme immer mein deutsch so richtig scheiße ich meine mein deutsch ist schon normalerweise schon scheiße genug ne meine deutschkenntnisse aber in der auf ah in der aufnahme wird es dann doch nochmal getoppt mein gott haben wir es jetzt hier mal warum schiebt warum schiebst du eigentlich auch alles zu mir juice da baut er mir da so eine richtige rampe auf da karambolage und ich fahre voll rein ah das ist peinlich ey jetzt komme ich ja gar nicht mehr mit hier scheiß hier auch noch gegen gefahren konzentration am arsch freunde am arsch so den habe ich schon von weiten gesehen deswegen konnte ich den jetzt chili mit vanille umfahren sonst wäre ich schon wieder voll rein gedonnert so jetzt haben die natürlich fast einen ganzen kilometer vorsprung aber hier wieder schön platz gemacht soll diesen paar Vielen Dank.